Der Spanier kehrte 2023 zu KTM zurück und arbeitete für das Werksteam von GasGas. Der Weg zur vollständigen Genesung sei jedoch lang, berichtete GasGas-Chef Herve ESP Agarro hatte eine gequetschte Lunge, einen gebrochenen Kiefer und gebrochene Wirbel erlitten, nachdem er von seinem Motorrad geschleudert worden war und die Barriere getroffen hatte. Ich habe sehr gute Neuigkeiten von Pohl. Er ist so voller Leben und wirklich bereit, zurückzukommen, da er sich in den letzten Tagen ein wenig niedergeschlagen gefühlt hat, weil er allein auf der Intensivstation war und keine Möglichkeit hatte, aus dem Bett aufzustehen, sagte Poncheral. Der Pilot kann derzeit nicht sprechen und muss mit einem Strohhalm essen, aber das Hauptproblem ist sein Rücken. Die gebrochenen Wirbel werden einige Zeit brauchen, um zu heilen, da der Spanier in einem Korsett steckt. Aber sein Plan ist definitiv, in die MotoGP zurückzukehren. Sein Nachfolger wird der deutsche Jonas Folger, der erst beim dritten Saisonrennen Mitte April zum Team stoßen wird. ePaper jetzt ePaper lesen Mehr zu Motorsport-Weltmeister Bagnaia gewann den Motob-Saisonauftakt in Portima. Sie interessieren sich für dieses Thema. Fügen Sie Ihrer Beobachtungsliste ein Thema hinzu, indem Sie auf das Symbol Speichern klicken. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema anzuzeigen. MotoGP Meine Themen zu den von Ihnen gespeicherten Themen wurden neue Artikel gefunden.